So, willkommen zurück zu Trekmania 2020. Neue Runde. Neues Glück, wollte ich sagen. Diesmal fahren wir hier auf Eis. Das ist dann doch schon etwas eine andere Hausnummer hier. Aber hier, perfekter Slide. Aber jetzt ohne Witz, das ist doch schwer sowas. Ey, für einen Anfänger, der kommt doch hier gar nicht, klar. Das Auto ist doch hier nur am Rutschen. Also da haben sie sich ja schon mal einfallen lassen. Ey, das ist unfahrbar. Ey, das ist unfahrbar. Das kann man gar nicht fahren, ey. Also das feier ich jetzt nicht so, sag ich mal, jetzt hier auf dem Eis jetzt hier, ähm, hier rumzugucken. Aber hey, warum nicht? Dritter Platz ist natürlich eine Bestzeit. Ne. Weil das kannst du hier, sag ich mal, ganz schwer kontrollieren, sag ich mal. Weil überall hoch hast du hier die Bäume. Das ist... doch schon sehr anspruchsvoll. Weil du kannst gar nicht steuern. Das Auto ist ja... nur am Sliden. Ey, du kannst ja nicht mal Gas geben, ey. Ohne, dass die Kiste schleudert. Klar, ist natürlich auch... Ähm... Wie soll man sagen, wenn man hier auf Eis fährt... Ist natürlich nur fein gefühlt, ne? Was man hier braucht. Auf Eis. Wie ihr seht ja selber, die Kiste ist ja wirklich... nur am Schleudern. Da musst du so extrem gegenlenken, ne? Aber du kannst ja nicht mal vernünftig geradeaus fahren. Das Auto bricht sofort aus. Also das ist schon... Da muss ich sagen, das ist schwer. Klar, ist eine Feingefühlsache, sag ich mal. Aber wenn du fährst wie so ein letzter Bot, ey. Dann kannst du die Strecke hier vergessen. Äh. Für einen Fahranfänger, der Trackmania noch nie gespielt hat. Das kann er hier vergessen. Bist du nur am rumrutschen. Da musst du ja so extrem gegenlenken. Da bricht dir die Hände, ey. Ja, 22 Sekunden. Wahrscheinlich, ey. Ich fahr hier nicht 32, eher nicht 22. Okay, kann man mitnehmen, ne? Aber, kein Problem. Neue Strecke. Neues Glück. Und jetzt fahren wir hier die absolute Bestzeit gleich auf dem ersten Platz. Wahrscheinlich landen wir auf dem letzten Platz. Sag ich mal. Zwei Runden können wir hier immer fahren. Und wie gesagt, in der Beschreibung habe ich euch mal reingepackt. Ähm. Was die Standardedition beinhaltet. Und diese anderen Sachen. Da müsst ihr mal gucken. Wenn ihr jetzt sagt, ich ruf jetzt hier die 60 Euro Edition. Dann ist wirklich auch alle dabei. Und ihr habt dann auch erst mal drei Jahre Ruhe. Aber wie gesagt, ich hab mir erst mal die Standardedition geholt. Um hier erst mal hinzuschnuppern. Und wenn man das hier wieder mal richtig ordentlich drauf hat. Dann kann man sich ja mal überlegen, ob man sich da die 60 Euro Edition holt. Perfekt. Zweiter Platz. Fahren wir ja gar nicht so weit entfernt vom ersten Platz. Ne? Seid ehrlich. Aber wir fahren auf jeden Fall besser als unsere ersten Runden, die wir getätigt haben. Ja, dieser Raketenantrieb der gibt euch hier auch ein bisschen Schub um um die Kurve hier zu kommen. Das ist schon sehr nice. Schön um die Kurven sliden hier. Aber wir sind ja nicht die Einzelnen, die hier ein bisschen Probleme haben bei der Strecke. Goldmedaille. Perfekt. Vierter Platz. Fünfter Platz. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da richtig viele Schrecken kommen werden. Ich würde richtig die Vollspeed-Server die würde ich feiern. Richtig schön mit Wall-Wide, Looping, Booster. Wo die Strecke hier fültet. 43 Sekunden geht. Ja, das wird geil. Aber das spüren, kannst du wirklich nur mit Kollegen spüren. Ich denke mal, das wird bestimmt sehr geil. Gut, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. 50 Sekunden noch. Und hier fahren wir mindestens 1,13. Dann hätten es so auf sieben Minuten stellen sollen. Auch hier zurücksetzen finde ich eigentlich ganz gut. Nicht mehr so wie in den alten Track Mania, wo er dann vom Checkpoint aus startet ist, wo man dann steht und dann erst losfährt. Hier kommst du drin geflogen und kannst dann gleich weitermachen. Ohne, dass man groß Zeit verliert. Ja, war doch perfekt. Kann ich nicht meckern. Neunter Platz. Aber ich denke mal, da wird sich in das Spiel sich auch eine Menge ändern. Auf jeden Fall. So, neue Strecke. Okay, was haben wir hier? Wie gesagt, auf die Strecken hast du keinen Einfluss. Die kommen per Zufall. Und das finde ich ganz cool. Da kann dann keiner sagen, jetzt kommt die Strecke, jetzt kommt die Strecke und da fällt richtig cool. Ne, hier kann das keiner beeinflussen. Ich sag jetzt mal so, von der Grafik her, sag ich mal, schön clean, ne, schön sauber aufgebaut. das sieht schon sehr, sehr geil aus. Also da, Werk, auf jeden Fall ein paar Parts schrubben. Das sieht sehr geil aus, das Spiel. So, ich denke mal, da ist auch schon ne Ziel. Jeppa. Ja, ist jetzt nicht all so schwer, die Strecken, sag ich mal, die kann man schön clear fahren, schön sauber. Jo, da hab ich nen Baum mitgenommen. Aber wir fahren jetzt hier trotzdem mal zu Ende. Weil hier musst du richtig viel Schwung mitnehmen, schön mit nem Salto. Aber ich denke mal, das kann man auf jeden Fall noch besser machen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mehr Speed mitnehmen. Sonst kommen wir da nicht rüber. waren wir eigentlich ziemlich sicher. Aber das war dennoch zu langsam. Also man schafft man kommt rüber, aber man muss richtig viel Speed mitnehmen. Ey, ist zu langsam. Also da muss man die Kurve richtig perfekt nehmen und richtig viel Speed mitnehmen. Weil sonst kommt man da hinten nicht über die Zwiehügel da. Das ist ein Problem. 21. Platz, ey. Holy shit. Ja, haltet es. Hast du so viel Speed, da kriegst du die Kurve nicht, ey. Oh, Mann. Mann, kommt da nicht rüber, ey. Mann. Jetzt haben die wieder so gebaut, wo man wieder nicht rüberkommt. Und, naja, nicht perfekt, aber immerhin auf dem sechsten Platz. Nee, da musste die innerkurve, da musste richtig viel Speed mitnehmen. Und dann kommt man da auch gut rüber. naja, so in der Art Shit. Sind wir wenigstens auf dem sechsten Platz geblieben? Oder sind wir wieder auf dem siebten gelandet? Oder auf dem achten? Na, auf dem siebten. Ne 27.1 ist okay. Echtzeit-Ranking. Okay. Neue Strecke. Neue Strecke, neues Glück. So, mal gucken, was wir hier haben. Okay, let's go. Legen wir los. Ah, okay. eine Minute, zwei. Hoch wieder so eine lange Strecke. Gucken wir mal, ob wir da wenigstens hoch ins Ziel kommen. Ah, sehr eckig gebaut hier, die Strecke. Ja, okay. Perfekt. 46 Sekunden. Ich denke mal, der kann man noch besser machen. Ja, der Rasen. Der bremst stark ab. 45 Sekunden. Ne, wie gesagt, da müssen dann wirklich die Vollspeed-Server her. Mit neuen Strecken. Wieder mit Strecken-Rekorde, Runden-Rekorde. Das wäre schon sehr nice. Weil, wenn wir hier immer die Standardstrecken fahren, irgendwann ist das ausgelutscht. Da müssen dann neue Strecken her. Aber ich denke mal, das wird alles kommen. Nehme ich mal stark an. Weil sonst hätte das ja keinen Sinn hier, die Trickmania. Der Rasen bremst stark ab. Und man hebt sofort ab, ey. wieder so eine Fein-Gefühl-Strecke hier. Oh, fünfter Platz. wird schon mal sehr geil naja man braucht wirklich drei vier fünf fahrten bis man die strecke dann ordentlich fahren kann das hat uns leider zu viel zeit gekostet aber jetzt so vom streckenaufbau ist okay sagt man da kann man erstmal nicht meckern ich meine das spiel ist zwei tage alt wird sich schon gut entwickeln auf jeden fall siebter platz perfekt so das wird dann hier unsere letzte fahrt mal gucken was wir hier so rausholen können ok da müssen wir vollspeed mitnehmen ok ok den sprung müssen wir natürlich auch sauber mitnehmen ok perfekt ach man muss da rüberspringen ja das habe ich gar nicht gesehen ja so ein bisschen vollspeed strecke ist hier schon drin mal gucken dass wir hier hoch ins ziel kommen mal na so nicht so nicht eigentlich auch eine simple strecke hier aber perfekt 10. platz ich denke mal das geht noch besser ach man müssten sie da einen baum hinbauen wirklich bauen genau da immer gegensteine hin wo man wo genau wissen da eckt man an perfekt sechster platz lässt sich sehen auf jeden fall also da kann man eine menge speed mitnehmen aber da muss man die kurve sauber nehmen richtig sauber nehmen die kurve ja sauber ja nicht sauber shit aber genau so habe ich es mir vorgestellt man kennt die strecke man fährt aber geradeaus naja wer kennt nicht das problem das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen ach schade ja war auf jeden fall eine geile runde wieder dann sage ich schon mal danke fürs zuschauen und sehen uns auf jeden fall in der nächsten runde wieder also haut rein bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020